MTV, mein Name ist Farin Urlaub, ich habe diese Sendung heute übernommen, damit sie mal etwas bessere Musik zeigt als sonst. Heute gibt's die Euro Top 20, Video Vote und VJ For A Moment. Außerdem gibt's meine neue Single, die heute rausgekommen ist mit dem neuen Video. Das Lied heißt Glücklich, das Video heißt auch Glücklich und wir sehen es jetzt. Das war ein wunderschönes Video oder das Video war von Farin Urlaub, der sieht genauso aus wie ich, nur schöner. Glücklich heißt es, ein herrliches Video. Ja, zurück zum Thema. Hallo Patrice. Tut mir echt leid, aber weißt du, dein Musikgeschmack ist einfach nicht so, wie er sein sollte. Ich lass dich, ich mach dich wieder los. Ist das ein Angebot? Das wirst du. Aber nur, wenn du versprichst zu sagen, Farin Urlaub ist der Beste. Oh Gott, das ist nicht gut. Ey, so jetzt reicht's mir aber, ey. Jetzt machst du sie nicht mehr alle, jetzt ehrlich, das ist meine Sendung. Ey, nimm mich mal bitte raus, echt, Farin. Mensch. Wir sehen uns. Wir sehen uns noch. Das werden wir denn sehen. Ich mach jetzt erstmal hier eine Sendung weiter, ehrlich. Kann ja nicht sein, wie die ganze Zeit hier ab? Ey. Oh, ich...